Ria, Ria, die Ria, die Ria, die Ria, die Ria, die Ria. Ria, Ria, die Ria, die Ria, die Ria, die Ria, die Ria, die Ria. Um halb eins wird in diesem Hause gegessen und wenn hier zehnmal irgendwelche Schreiber kommen, wird uns in Ria... Seine Geschichten entspringen fast immer einer zügellosen Fantasie. Seine Helden sind gebrochen. Unbrauchbar für alles wirklich echte Deutsche. Unser August ist in der Ostfront gefallen. Ach. Er steht in der Zeitung. Und was hat er in letzter Zeit geschrieben? Lauter Schmarrn. Ich helfe dir. Ich helfe dir ganz sicher. Ich weiß auch schon wie. Dass du dich nicht schäfst! Seit Monaten muss ich mir das hier ansehen! Ihr habt mich angezeigt, ich soll in eine Anstalt! Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, aus Deutschland wegzugehen? Mehr als einmal, ich denke nichts anderes. Und ich bleibe. Ich vermelde mich.